So, wir filmen jetzt hier. Wir stehen jetzt hier gerade, wie man sieht, auf ein bisschen Eis. Volle, gib mal ein bisschen Kitt. Ja, darf ruhig gern ein bisschen mehr sein. Ich film das mal direkt vorm Tacho. Wir stehen immer noch. Wir stehen immer noch. Komm, mein Gott. Ich komme nicht mehr weg. Wir stehen immer noch. Jetzt kommen wir hier gar nicht mehr weg. Alter, voll die Löcher.